so wir haben ansturm eindämmerung natürlich diesmal eine schrotze ich war hier auf der map noch gar nicht gewesen demzufolge ist das jetzt mal eine saftige art und weise muss erst mal gucken von welcher ecke und kante kommen die zombies schaut mir gerne mal rein was oder wo ihr so am liebsten auf was für maps jetzt tut was zombie betrifft weil ich mich freuen nebenbei läuft noch ein livestream zeichnet das video nebenbei noch ein livestream auf also nicht wundern wenn ich da komischer sachen erzähler das einsatzgebiet gucken ja es kommt jetzt schon zombie ist ein luftloch alter aber wir wissen dass sie unseren teams beim überleben hilft mit jetzt alleine hier oder was ich da schon das jetzt vorstellen guck mal hier oben was geht hier oben alter schreck nicht so junge hä ist sie alleine hier oder was lol ne doch nicht ich wollte schon kurz sagen hä wer ist denn er hier was master strumpf kann man denn hier seine waschepannen waffe punchen kümmert sich um dich gibt es auch noch leute die nicht solche absichten haben wo kann man denn hier so waffen ganz gerne mal meine waffe updaten wollen hier hä gibt es das hier nicht oder was scheint nicht so kann er sein hier ist nichts auf der karte ein markiert wo ich das machen könnte ich kenne alter ich kenne andere sorte von leuten halt quasi die nutzen war die nutzen die gelegenheit dann gleich aus bis bis genau der zweiten runde gleich so fischer alter alter ich kann mich selber gerade in der fest können ich sehen die arme sehen aus wie spagetti junge jungen ich muss wieder bisschen mehr trainieren 14 zuschauer jetzt bei tik tok was ist nun los what the fuck grüße euch grüße euch juries zu gerne mal rein ich habe schon berichte von kugeln die elise einheit aus dimensionsspalten gezogen haben auch da kommen sie hier bleibt extra das 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 kommt hier jetzt auf einmal her ja hä hä alter wieso spackt denn das jetzt hier so rum achs verbindung unterbrochen müssen sie mich jetzt verscheißern hallo irgendwie weiß ich nicht hallo panzerplatte hätte gern die panzerplatte hier leckt mich doch am scho alter falter ist ein vorsprung hier das nenne ich ein chaos kopfschuss kopfschuss zurück in die hölle mit dir zurück in die hölle mit dir fein ausgeläscht zurück in die hölle mit dir zeig ihm was requiem drauf hat alter falter achso das zeugle ich dir einfach so rum oder was dann so wer ist sonst noch nicht so am startleute schafft man genau was rein ja zockt ja auch gerne Zombies, wenn ja, was für ein Modus oder was für eine Map ich bin das erste Mal auf dieser Map hier auf jeden Fall ich weiß auf jeden Fall, dass ich dann wieder eine andere Map zocke das ist mir hier irgendwie ich will ja auch meine Waffe updaten können und nicht hier nur bloß blöd Zombies irgendwie töten da liegt ja gar nicht der Sinn drin bei den anderen gibt es wenigstens so Runden da kann man immer seine Waffe updaten und andere Sachen machen und ja wer neu ist, gerne mal Ausrufezeichen, Befehle in die Kommentare da ist unter anderem auch Insta und Co. verlinkt alter 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 alter, was ist mit ihm, Junge? schlecht geschissen heute oder was? alter zombie vernichtet ist ja langweilig hier, du hast ja gar keine Stufen, wo du dich patchen kannst oder so ein Blödsinn wenn hier steckere Gegner äh, hä, ja Sprechsalat ist wieder am Start kannst ja nur deine Waffen quasi na, sehr blöd, alter echt hier kriegst du aber immer wieder irgendwelche Extras okay, wenn du jetzt nicht sterben tust okay 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 immer pro Runde dann die du überlebst oder die du generell gespielt hast immer irgendwelche irgendwelche alter mal irgendwelche Extras oder was auch gut bisschen rumrennen hier, um das ganze Zeug mal einzusammeln wie gefällt euch so die Runde, die Leute, die zuschauen hier ich lege dir ich will dir eine Waffe haben, man alter lass mich in Ruhe ach, ja komm ne, ne, ich zock, ähm, Cold War moin moin erstmal also da geh ich doch lieber in eine normale Zombie-Runde-Modus also jetzt mal ernsthaft ne, da hab ich keinen Bock drauf sorry, aber da hab ich echt keinen Bock drauf